Ein Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo, in dem eine gefährdete Gorilla-Art beheimatet ist, hat aus Angst vor einer Beeinträchtigung der Tiere durch die Coronavirus-Krise für die Öffentlichkeit geschlossen. Dazu Paola Kahumbu, Geschäftsführerin von White Life Direct. Dies sind Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übergehen und direkt auf Tiere zurückgehen können. Die am meisten gefährdete Art ist unser nächster Verwandter. Gorillas sind nach Angabe von Tierärzten empfindlich für menschliche Krankheiten. Der Virunga Nationalpark bleibt bis mindestens 1. Juni 2020 geschlossen. Der 7800 Quadratkilometer große Park wurde 1925 als erster Nationalpark Afrikas gegründet.